Hallo, ich bin der Dirk, ich bin 54 Jahre alt und jetzt in gut drei Jahren dabei. Der Kumpel, der jetzt schon viel länger Crossfit macht, auch eine ganze Ecke jünger als ich, der hat mich eigentlich dazu überredet, mal mitzukommen, mal ein Probeabo zu machen und ja, das war am Anfang schon ziemlich krass, wenn man nicht so viel Sport gemacht hat vorher, dann haut es schon ganz schön rein und man guckt natürlich immer nur zu den Jungs und Mädels, die unheimlich Power haben und natürlich auch viel Zeit investieren und da ist man am Anfang natürlich schon ein bisschen geschockt. Das ist aber so, dass hier jeder irgendwie mitmachen kann, selbst ich. Es sind auch genug, auch in meiner Leistungs- und Altersklasse dabei, wir haben alle immer Spaß und ja, nach den anfänglichen Sorgen, ob man das schafft oder nicht, dann hat man sich halt überwunden und es ist einfach geil. Da dann noch mal etwas Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.